Heute machen wir ein Autorenn gegen Barry und Mina ist auch dabei. Hi Mina! Oh mein Gott, Leute, ihr seht das richtig. Seht ihr das? Barry ist einfach in einem Auto. Mina, kannst du es auch sehen? Alter, das habe ich noch nie gesehen. Und weißt du was krass ist? Wir sind auch hier drin. Siehst du das? Oh mein Gott, da spielen wir mal in das Spiel. So, oh mein Gott, ich bin gespannt. Am Ende machen wir ein Wettrenn gegen Barry. Das hatten wir auch noch nie. Das ist ja übelst krass. Alter, der chillt einfach im Auto da drin. Und hat Musik. Und tanzt. Siehst du das? Ja, wie cringe. Das ist richtig cringe. Wie müssen wir jetzt in den Männerklo rein? Auf jeden Fall müssen wir jetzt in die Jungs-Toilette. I get it, I get it, I get it. Oh, no. Mina, du darfst doch nicht direkt verlieren. Wir müssen doch noch ausbrechen. Und ein Rennen gegen Barry machen. Oh, ich habe auch verloren. So, jetzt geht es aber los. So, jetzt aber. So, das war nur ein Jungs-Klo. Oh, das schaffen wir doch. Ein Jungs-Klo. Ah, du hast es geschafft. Ey, Mina, ist dir aufgefallen, das ist ein Jungs-Klo voller Laser? Oh, oh. Wir sind jetzt schon bei Barry. Oh. Ah, wir können sein Auto auch kaufen. Oh mein Gott. Äh, Mina, wo bist du denn? Hier schon. Was? Du bist schon da rein? Oh. Was passiert hier? Oh mein Gott. Was jetzt? Können wir jetzt unser Rennen mit Barry starten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert? Leute, es geht einfach los. Okay, äh, wie, 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 wie mache ich denn jetzt ein Autorennen gegen Barry? Äh, äh, muss ich, achso, ich muss ihn abschießen. Seht ihr das? Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so schwer. Ah, ich hab das. Leute, das ist richtig cool. Hä? Es funktioniert wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein, Barry, bitte nicht. Leute, ich muss ihn jetzt abschießen. Ey, das sieht so krass aus. Ich hatte noch nie ein Autorennen gegen Carberry. Mina, siehst du das? Ich hab ihn schon fast betötet. Ich auch, ich auch fast. Oh mein Gott, Leute. Auf jeden Fall sieht es richtig gut aus bei mir. Let's go. Wow, einfach gegen Barry auf und rennen. Ey, Leute, ich bin im falschen Film. Das ist richtig krass. Los und... Ja. Mina, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, gut gemacht, Mina. Let's go. Krass gemacht. Oh, da bist du ja auch schon. Ja, du bist ja auch hier ein Pro. So, wow. Ey, das war mies. Jetzt ist er eifersüchtig. Alter, das war richtig krass, Mina. Oh nein. Oh mein Gott, da ist so ein Roblox-Barry. Wie komisch ist das denn? Ah! Ah, wir müssen hier schnell durch. Er kommt sonst schnell durch. Wir müssen hier durch. Schnell. Oh mein Gott. Nein, wir haben keine Waffe. Ich glaube, er kann... Ich glaube, wir müssen... Ah, da unten ist unsere Waffe. Mist. Da unten, wo dieser Roblox-Barry ist, ist unsere Waffe. Siehst du das? Oh mein Gott. Ich hab die Waffe. Okay, ich hab sie, ich hab sie. Ah! Ich hab sie aber. Ah, er kommt. So, jetzt geht's weiter und durch hier. Let's go. Und hier einmal runter. Oh mein Gott, ey. Leute, das Autorennen war richtig krass. Ich glaube, am Ende müssen wir gleich noch ein Autorennen machen. So, wir machen mal... Was ist das denn? Mina, siehst du das? Ja. Man kann sich einfach ein Spongebob-Barry holen. Alter, das ist krass. Aber hol ich mir nicht. Okay, aber denkst du, es gibt eine Spongebob-Lobby? Safe, oder? Oh mein Gott, Leute. Wir müssen einmal auf eine Spongebob-Lobby spielen. Was gibt's eigentlich noch für Lobbys, die wir nicht wissen? So, okay. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Oh mein Gott, okay. Jetzt geht's weiter, Leute. Schnell rüber. Springen. Ich hasse das hier. Das geht immer alles kaputt. Aber ich hab's geschafft. Alter. Sonic-Barry? Ein Baumeister-Barry? Eigentlich, das ist voll gut. Hä, Mina, es gibt hier richtig krasse Berries. Siehst du das? Das ist viel besser als der normale Berries. Der ist viel dünner. Guck hier. Wer? Hier, bei den Teilen. Zeig mal. Mit den Stacheln, richtig schön jetzt. Davor ist es dreimal so groß immer. Okay. Oh mein Gott. So, jetzt hier doch mal durch. Leute, das kennen wir alle. Mit dem Tunnel hier. Das kennen wir alle. Richtig cool. Mit diesem Ball hier. So, weiter geht's. Let's go, let's go, let's go. Schnell hier durch. Schnell hier durch. Und? Oh, ich hab's noch geschafft. Letzte Sekunde. Ich hab's auch. Oh mein Gott, ich war einfach auf die drauf. Okay. Ich glaub, bei uns ist jetzt alles gleich. Was denkst du, was für ein Endboss jetzt kommt? Ab jetzt kommt ja immer ein Endboss. Ah, wir müssen einen Autos haben. Oh mein Gott. Ich hab's jetzt endlich raus. Okay, okay, okay. Okay, kein Stress, kein Stress. So, wir haben's geschafft jetzt mit dem Auto fahren, endlich. So, jetzt sind wir bei den Treppen. Diese Treppen sind ganz normal. Weißt du noch, als wir Wasserlevel gespielt haben? Ja, da waren die Treppen einfach Regenbogen, Leute. Das war so krass. Ist das nicht von Sonic? Das ist der von Sonic. Eggman, Barry. Alter, sehen die krass aus, oder? Ja. Wow. Echt jetzt? Das ist so krass. Leute. Ey, das steckt fest. Das steckt fest, ne? Ja, du musst weggehen. So, jetzt. Danke, danke. Jetzt fährt's hoch, Leute. Ich schau mal, wie die Mina bei mir aussieht. Man denkt nur, deine Haare kommen mit mir mit. Wie lustig. So, jetzt geht's los. Bist du bereit? Ja. Okay, Energie. Das gleichzeitig an. Energie habe ich. Okay, wir fangen jetzt bei drei an, ja? Eins. Zwei, drei. Wuuuuh. Leute, wenn ich das jetzt schaffe, lässt ihr 5.000 Likes da. Los. Das ist voll. Oha, guck mal mir. Ey, ihr müsst wirklich meine Likes da lassen. Guckt mal, was ihr im Pro. Alter, Leute. Nein, achte ich. Oha. Wenn ihr dieses Video sieht, das ist meine Leute. Genau, Leute. Lasst alle ein Abo da. Ich hab's geschafft. Deine Ernst? Du hast aber gesehen, wie ich ganz am Ende verloren hab. Das war ganz am Ende. Guck mal jetzt. Und jetzt. Ich schaff das jetzt. Sagst du, ich schaff das? Ja. Wenn sie es jetzt auch schafft, muss jeder abonnieren. Genau, Leute. Lasst alle ein Abo da. Oha, guck mal, wie schnell ich bin. Ich glaub's nicht. Das ist der Hammer. Und jetzt. Das war krass. Leute, ihr habt gehört. Jetzt lässt ihr alle ein Abo da. So, jetzt gehen wir mal hoch. Und jetzt schauen wir mal, was oben so alles auf uns zukommt. Wir müssen jetzt die Leiter hier. Oh mein Gott. Ey, es gibt's einen Shrekberry. Ja, nee, das interessiert uns jetzt. Ey, Mina, es gibt aber richtig viele Berries hier. Das ist der Hammer. Wie viele Berries, ey. Unglaublich. Also, ich muss jetzt die Leiter nehmen. Und woher muss ich sie jetzt hier packen, Mina? Dort, geradeaus. Ja, ich gehe geradeaus. Abbiegen. Ja, abbiegen. Ach, hier. Guck mal, da oben ist was. Was ist denn hier los? So, jetzt. Denkst du, ich schaffe das? Ja. Okay, dann lassen wir das genau hier. Schaffst du das? Ja. Ich hoffe. Leute, bitte, Mina muss jetzt die Treppen hochschaffen. Kansplation. Der Kina, 200. Mal. Hast du mir geholfen, die Treppen hochzusteigen? Ich muss mir immer bei den Treppen helfen. Oh mein Gott. Immer bei den Treppen. Guck mal. Jetzt gibt es einen Captain America, Barry. Na und. Nicht na und. Ey, das sind so geile Berries. Ich will unbedingt auch so lustigen Barry hier. Du bist doch schon Barry. Hä? Ich bin kein Barry. Sagst du gerade, dass ich Barry bin? Nein. Mina, willst du mir gerade sagen, ich bin Barry? Ich wollte sagen, du bist schon eine Sache. Und zwar bist du schon eine Barbie. Was willst du noch sein? Oh Mann, Mina. Ich weiß, dass du Barry meintest. Nein, ich wollte Barbie sagen. Du meintest zu mir, Jantel. Du bist eh Barry. Du musst nicht Barry kaufen. So hast du es gesagt. Leute. Barry meint mich hübsch. Du bist hübsch. Ich habe verloren. Leute, das ist einfach extrem schwer. Lasst dein Like mal, wenn wir das noch weiter versuchen sollen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Hashtag Team Pink. Für immer, immer, immer. Hashtag Team Pink.